Seid gegrüßt Freunde, hier ist er, Epirey und es geht weiter mit Sheryl Hedgehog und ja, die Killermaschine war der letzte Weg von der letzte Weg, das war der Weg von Darahan45 und ja, jetzt wird der nächste rankommen, von unten nach oben geht es weiter ähm, The Messy355 ja, das wäre der nächste Weg er schlägt vor, normal, dark, hero, hero, normal das wäre doch mal ein schöner Anfang vor allem ich kann durch die erste Mission rushen das ist doch schon mal was Schönes das freut mich direkt schon gleich zu Beginn erstmal durch die erste Mission rushen naja, das, 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 das ist großartig ja, wie immer, Shadow Zeit, um diese Mission zu erfüllen ach ja kennen wir doch schon, Shadow ist doch kein Problem gleich kommt Sonic und sagt hey, Shadow, long time no see ja, das ist schön ja, das ist schön Sonic warum oh ja, komm her du auch her komm du auch her du auch ja, ich versuch mal wieder die hero-Leiste ein bisschen voll zu kriegen, um Zeit zu sparen na klar wir können es ehrlich langsam wird es etwas nervig mit ich kann es nicht verschwinden Sonic, danke mit den, ähm Anfangsmissionen das die ersten paar Male, ja, okay aber irgendwann sagt das doch so ein kleines bisschen hey wie du Lieben einmal zu dir einmal zu dir zu dir was ist das denn? hey, genau gibt es eine Alienwaffe die ist stärker oder auch nicht gleich stark doofe Anfeuerwaffen ach ja hey du nein ich habe keine Lust jetzt von dir was zu hören Sonic klop klop wechseln wir mal wechseln wir mal wechseln wir mal wo ich sagen klop klop ist die stärker nö auch nicht genug gleich stark ach schade 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 ich treffe den Bombs, Bombs, getot nichts mit mir in der Waffe hei, 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 hei okay das war eine lol können ja dran fliegen na egal hopps, hopps, hopps hopps Chaos-Controller ein bisschen Gas geben müssen wir schon, oder oh, das ist schön komme direkt an meine Gockelkanone raus Gockelkanone habe ich gesagt ja damit ja, Shadow du stehst mittendrin nein, Shadow du bist doch schade hei, hei, hei da und tschüss na wir werden jetzt mit der Gockelkanone aber hier weiter durchraschen tschuuuuh da gleich haben wir die Böse Leiste voll können wir nochmal endlich lang saugen für ne Zeit lang das ist doch schön saug, saug, saug saug saug, saug, saug komm mal auf seh'n eh'l sterblich nummm num nalalalalalalalala lalalalala st 99 unt 800 90 90 90 100 100 YOU dann haben wir das schon mal erledigt ST.at die Staubsauger-Vertreterer heute mal schneller Wenn ich alle die Emeralds findest, dann findest du die Wahrheit. Achja, komm! Ich will durchstarten! Ladevorgang! Ohja, Shadow, du hast alle Emeralds, du bist cool! Na okay, du hast zwei Hände voll! Das reicht doch schon! Hm, warum reichen eigentlich nicht wenige Emeralds aus? Goldforms erlangen? Warum brauchen wir immer alle? Das frage ich mich mal. Weil wenn man so sieht an Sonic... äh... Sonic Hedgehog 2006, wo sie zu dritt mit sieben Emeralds das so aufpumpen können, ja... Da fragt man sich schon manchmal, wie geht das? Hey, Shadow! Du hast ihn auch gesehen, nicht wahr? Die schwarzen Klinge? Danke, ähm, war doch diese... Töne den glimmernden Klinge? Ja, wir haben die Tatschenzellen! Ja, das tun wir! Wir Tatschenzellen! Danke! Schau! Das große Pillar wird zu verlassen! Ja, ja, Knuckles! Das ist es! Wir haben dich hinter dir! Ich gucke, ich muss nach unten gehen! Tornado! Tornado ist hier! Oh, ja. Verdammt, ich wäre fast durchgekommen. Und rein da. So, jetzt mische ich langsam mal den ersten... Ja, danke, Black Doom Auge. Ich bin ja im Belegenheit. Ich bin ja im Belegen. Gockelkanone. Gockelkanone, ja. Gockelkanone. Gockelkanone ist cooler. Ja, bumm. Du hast... Ich frag mich doch was. Der hat so viele Alien-Typen in diesem Tempel eingelagert. Drinnen stehen. Und er schafft es nicht... Genug aufzutreiben. Damit er... Ne, wie gesagt, keiner von denen schafft es, das Ding anzutatschen. Genau, mach mal auf. Was hat denn der für Soldaten? Da frage ich mich echt. Also, die Soldaten würde ich grad wieder zurückgeben. Ganz ehrlich. Wir sind vielleicht beschussresistent, aber... Das nützen einem hirnlose Soldaten. Ganz ehrlich. Grad wieder in Aldi zurückschicken. Juhu. Und durch. Ja, bisher ist dieser Weg noch angenehm. Mal sehen, wie weit er mich jetzt noch fordern wird. Klopp. So, jetzt möchte ich mal Munition haben. Kann... Nein! 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 Ich hab's runtergeraufen. Verdammt! Ja. Ah, da ohne. Du hältst mal schön die Klappe. Danke. Ja, ich tatschi. 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 Ja, ist gut. Du Böses Monster, du. Er flüstert immer so, wie so ein... Das wäre voll ihre Erpresserstimme, so mal ganz ehrlich. Würde ich sagen. Ja. Ja. Hab wohl. Ich fliege einfach jetzt mal ne Runde. Ja, hab ihn berührt. Wie ich es mir dachte. Weil er genau auf dem Weg liegt. Oha. Und da ist der letzte. Okay, 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 okay. Shadow, wir mussten ihn tatschen. Äh. Ja, keine Shadowkiste zufälligerweise. Nein. Schade, schade. Saug, 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 saug. Und drei Leben gekriegt. Danke. Badabum, 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 badabum. Aua. Ich soll euch helfen. Aber komm nur rein, wenn ich da... ...euch alle töte. Hör. Ach, sag mal. Komm raus, du... ...ekliger Wurm, du. Ach, Mann, 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 Mann. Ich kann den nicht verletzen. Was soll denn der Bullshit? Hallo, Nimmchen. Ach, jetzt, äh. Und jetzt komme ich da erst dran. Das ist richtig... ...komisch gemacht. Naja, egal. All der Macht wurde ungelebt. So, Messi. So, Messi. 355. Jetzt geht's langsam von mir in die Hero-Mission wieder abzutauchen. Hm, perfekt. Warum erwartest du von mir erst, dass ich den aktiviere und danach eben wieder kreuzige? Die Beitreter dann kreuzigen noch. Egal. Wir werden jetzt einfach mal... ...lieb sein. Sam Messi wollte so, dass wir jetzt lieb sind. Also sind wir ab jetzt lieb. Und dann... ...neutral. Sind wir jetzt wieder im Cyberspace? Ich hab so das doofe Gefühl... ...wie mit... ...ja. Nee, doch nicht. Wir müssen mal wieder erneut Cream finden. Hm. Hatten wir das nicht auch schon ein paar Mal? Ich ignoriere mal die Tatsache, weil er hat am Anfang die Geradeaus-Mission genommen. Und das ist doch mal was Schönes gewesen. Und das ist doch mal was Schönes gewesen. Diese Mission kenne ich glaube ich schon fast jetzt auswendig. Abgesehen von der ersten Mission. Ja, schön, dass es ein Ballon ist. So unlogisch fliegen kann. So. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Nööö. Geh an. Geh an, holen. Und hoch. So... Schön, viele Munition einsamle werden können, weil die nur so halb so viel schaden machen, als würden wir hier persönlich auf sichiessen. Hey, Shadow! Einige schwarze Künstler haben mein Kastel infiltriert! Sieht, wie Eggman, heute nicht. Bitte, du musst dich frei sein! Der Doktor muss hierher gehen. Ich bin dran, ich bin dran. 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 Gehst du in da mit mir, um sie zu suchen? Ich bin dran. Ich bin dran. Schau, schau, hab ich dran! Geh es auf! Du, ne? Nein, das ist mir klar. Ich bin dran. Du bist genau wie ein Kastel ist. Halt hier! Wohin, du, ne? Du bist schon. Das ist schon ganz schlecht. Denkst du, wie ein Kastel ist? Du bist jetzt von den Kastel packt. Um dann ist das die Kastel würdet. Hey, Shadow! Die schwarzen Kräger haben mein Kastel geimpft. Ich will nicht nur einen von diesen giganten Lanzern finden. Das ist eine meiner besonderen Gefahr! Shadow, wie soll ich das machen? Ja, Amy, ich weiß, und danach willst du wieder so viel Aufmerksamkeit nach dem, nach diesem Ding, und ich reg mich dann auch wieder ein bisschen drüber auf, äh, sage, dass du Aufmerksamkeitsstörungen hast, und blablabla und, keine Ahnung. Kannst du deinen Text ein bisschen kürzer fassen? So, Shortcut, Directors Cut. Dann werde ich dir sehr verbunden. Plopp, plopp, so, aufmachen. Ach, Cream, ich hole dich schon raus, keine Sorge. Hopp, 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 ey, auf. Hi, Cream. Ja, Cream, ich kümmer mich darum. Plopp, plopp, plopp. Yeah, und Verhundbarkeit. Okay. 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 Ach, komm, jetzt, so ein Kack. Jetzt will ich mal versuchen, da durchzufliegen. Warum stelle ich mich immer so an? So. Ja. Spring runter. Jetzt. Ach, verdammt. Gib mal deine Waffe her. Ach, Shadow trifft es nicht wegen ein paar Millimeter und Amy jumpt da einfach hin und tötet den. Ach, klar. Warum nicht? So, aus. Ach, ja. Ach, ja. Was sind die Dinge? Die sind schrecklich. Geh, geh, weg, weg. Schau, komm, weg. Hopp, 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 tick, tick, tick und geschafft. Aufmachen, 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 nicht durchlassen. Hey, Lass, es ist ein Ballon. Ja, Amy, ich finde das nicht so dauernd sein würdest, wenn du einen Ballon siehst, wäre ich ja sehr verbunden. Nach einer Zeit kann das schon richtig nervend werden. Ach. Jetzt machst du keine Grätsche. Ach, komm. Nee. Die machen aber so viel Spaß. Blödes Ding. Mir fällt auf, ich hab hier eigentlich eine Klappe da drüben. Was machst du denn da? Was? Hast du hinter der Wand gerade was gesehen, Amy, oder was? Jetzt hab ich hier hinter der Wand was gesehen. Hm, ich will den Omocho-Landscham haben. Oh, Mist, der hat nur so wenig Schuss. Aber eine gute Durchschlagskraft. Hier ist ein anderer Ston-Landscham. So. Raffenwechsel, bitte. Gut, Omocho-Gun-Gun. Moment. Ich muss euch versuchen, zu brechen. Puh. Pada-bum. So. Oh Mann, es ist ein Dach. Meinst du? Die Omocho-Kanone zerstört alles. Die Kanone ist übel. Cool, wir haben gleich Starkleister voll. Da kann ich mit der Omocho-Gun-Spam. Spam. Omocho-Spam. Ah. Moment. Juhu. Ah, komm, ich will das Spiel zum Leggen bringen. Juhu, 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 juhu. Okay. Ist gut. Ich hatte jetzt mal einen Spaß. Ja, Omocho-Gun, du bleibst mal da. Ich hatte jetzt mal einen Spaß mit dir gehabt. Hier ist ein anderer Ston-Landscham. Oh nein, ich habe keine Ahnung, welcher von diesen ist der Kasten. Ich glaube, es ist der Kasten. Oh nein, ich habe keine Ahnung, welcher von diesen ist der Kasten. Komm her, Cheez. Da ist Cheez. Wir haben es geschafft. Wenn du dich klarer von Problemen willst, dann bleibst du von diesem Doktor. Die Mission ging richtig schnell von der Hand. Lockerflockig. So. So. Jetzt, lass mir die Kraft meiner letzten, größten Kreativität zeigen. Ach ja, Lightshot und blub, 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 Lightshot und blub. Autsch, ich bin, ich habe vergessen zu springen. Ich wollte gerade sagen, ich bin vergessen zu springen. Oh mein Gott, ich stelle mich gerade so übelst komisch schlecht an. Ach, geh, und friss hier. Jam, 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 jam. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. So. Komm her, du Roboter. Oh ja, genau, gibts mir dreckig. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Oh ja. Nein, ich will keine Geschenke. Du willst Geschenke hier. Guck, guck, guck. Oh ja, Meteor Smash auf mich. Ach, Klappe. Jetzt mache ich dich eigentlich nicht fertig. Zack. Och, verdammt. Ah, danke. Aim me first. Was machst du denn für einen Kack? Sollte mich immer aus Bullshit. Hä? Eggman auf Amoklauf, würde ich mal sagen. Hey, du. Bist du bescheuert, Eggman? Hier, mal ganz ehrlich. Ja, 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 ist gut, Eggman. Was macht der für einen Kack? Das ist Eggman. Was soll denn der Mist? Sorry, Doktor, aber die Chaos-Emeral ist mir. Ach, irgendwie. Shadow, kannst du dich bitte umdrehen, den Chaos-Emeral an den Kopf, nächstgelegenen Kopf werfen, den du siehst? Danke. So. Dann hätten wir das auch. Und jetzt müssen wir noch Mal den Helden spielen. Das heißt... Müssen wir uns auf die Seite von Eggman wieder schlagen? Oder welche Seite jetzt? Hm. Jetzt müssen wir uns hier auf die Seite von Eggman schlagen. Okay. Okay. Das blöde Skye, die sich auf die Seite von afar. Na gut. Hast du das gesehen? Das heißt, wir müssen mit den... Ach so, wir müssen... Wir müssen die Tempel zerstören. Und ich habe gerade wieder andersrum gedacht, dass ich die Schiffe zerstören muss. Boah, ich war gerade wieder vollkommen woanders da. Nein. Ah, du Drecksack. Du riesen Fettsack. Du verlierst ja schon komplett die Ausdauer, bevor du bei mir bist. Kann ich die Kanone zerstören? Ja, ich kann die zerstören. Aber wie viel hält denn die aus? Na komm. Und die hat meine Lieblingswaffe bekommen. Das ist doch super. Kannst du die Klappe halten? Danke. Okay. Woah. So. Und hauen. So, die Waffe ist cool. Und Schuss. Und tot. Ach ja. Die Mission ist eigentlich relativ leicht. Und hoffs. Hoffs. Autsch, volle Kanten dagegen gejumpt. Und mein Roboter, der mir... äh... der so nett war. Letzens. Den ich ja, ähm... Wie habe ich den jetzt nochmal benannt? Ah, verdammt, jetzt habe ich den vergessen. Ach komm. Keine Lust jetzt. Die laufen einfach jetzt vorbei. Und jetzt kommt der nächste Tempel. Juhu. Können wir uns wieder... Die stehen da und machen Kaffeegrenze hin. Und kaputt. Hoppala. Tut mir leid. Ich muss hier durch. Ich bin ein Staubsaugervertreter. Ich bin ein Staubsauger. Häu. Ich bin ein Staubsauger. Ich bin ein Staubsauger. Diese Fähler ist extrem weh! Sei vorsichtig! Hup-pa Und hoch mit dir Wir ignorieren euch mal komplett Ihr seid Versager im Bett Au Die arme Gerätschaft, die ich hier hab Ich geh oben rum Nö Unten ist kein Tempel Man muss mich dazu zwingen Richtig lustig Ich hab die Dinger doch eigentlich Der letzte Mission ja angemacht Jetzt mach ich sie grad wieder aus Oh Mist Jetzt fehlt wirklich nur noch 1mm bis zum Ja Eingang Eingang sage ich schon Bis zum Habe ich eins verfehlt? Oh ja Danke Eggman für die Info Ja Ich hab nur noch 1mm bis zum Ich hab nur noch 1mm bis zum Das ist doch super Ja Blub blub Wow Hi Guck her Guck her Guck her Ja 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 Das wird gleich mit der Story weitergehen Also bis dahin See ya Ja 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 Ja